Hallo, willkommen bei Connie Canarias Spanisch mit Connie. Bienvenidos a Connie Canarias. Seguimos, weiter geht's. In meinem Zimmer gibt es einen Tisch. En mi cuarto hay una mesa. In meinem Zimmer gibt es einen Schrank. In meinem Zimmer gibt es einen Schrank. En mi cuarto hay un armario. Der Tisch ist zwischen dem Bett und dem Regal. La mesa está entre la cama y el estante. La mesa está entre la cama y el estante. Das Regal ist neben dem Schrank. Das Regal ist neben dem Schrank. El estante está al lado del armario. El estante está al lado del armario. Der Stuhl ist vor dem Tisch. Der Stuhl ist vor dem Tisch. La silla está enfrente de la mesa. La silla está enfrente de la mesa. Das Bett ist groß. Das Bett ist groß. La cama es grande. Das Bett ist bequem. La cama es cómoda. La cama es cómoda. Der Schrank ist hoch. Der Schrank ist hoch. El armario es alto. El armario es alto. Die Schränke sind hoch. Die Schränke sind hoch. Los armarios son altos. Los armarios son altos. So, das Land für heute. Suficiente para hoy. Muchas gracias. Hasta mañana.